Wundet ihr euch auch manchmal, wie schön das Leben auf diesem Planeten sein könnte, wenn dieser Planet ein Planet des Friedens und der Liebe sein würde? Ich glaube, wir stehen an einem Kreuzweg. Und Konferenzen wie diese hier, die Konferenz der Menschen, ist der erste Schritt, um in diese Richtung zu gehen. Ich fühle mich geehrt, dabei sein zu können und vor allem mit viel Energie und Freude von dem Herzchakra der Welt, Glastonbury, der Insel of Avalon, dabei zu sein. In meinem Vortrag werde ich über die verschiedenen Arten von Mindsets, also Geisteshaltung, sprechen und wie wir eine spirituelle, goldene Mindset für uns selber erschaffen können. Eine Schnupper-Meditation werde ich auch dazu geben, so dass ihr sehen könnt, wie eine geführte Meditation mit heilenden Frequenzen, wie sich das für euch anfühlt. Anschließend werdet ihr noch ein paar Angebote von mir bekommen, wie wir vielleicht gemeinsam weiterarbeiten können. Ich freue mich auf euch!